Selbststeuerung bedeutet die Fähigkeit, seine Gefühle und Stimmungen zu steuern. Resiliente Menschen können sich je nach Bedarf beruhigen oder aktivieren. Dadurch können sie ihren Gemütszustand in Balance bringen, zum Beispiel unter großem Druck ruhig bleiben. Wichtig ist, dass du spürst, in welchem Zustand du dich befindest und was du selbst brauchst. Bist du wütend, enttäuscht, gestresst, erschöpft, verletzt oder geht es dir gut? Sorge für ausreichend Ruhephasen, damit du dich selbst fragen kannst, wie es dir geht. Sei achtsam und suche nach Wegen, deine Stimmung zum Ausdruck zu bringen. Wir alle haben unterschiedliche Wege, unseren Ausgleich zu finden. Für die einen ist es Sport, für die anderen Essen, Meditieren, Zocken, Reden, Malen oder Musik hören. Jeder Mensch hat seine eigene Art, seine innere Ruhe zu finden. Nimm dir die nötige Zeit, um deine negativen Gefühle zu verarbeiten und ins Reine mit dir zu kommen. Je mehr du selbst dafür sorgst, dass es dir gut geht, desto widerstandsfähiger wirst du.